... Bis da hoch müssen wir jetzt sind. Bis da, wo der Weiße ist. Gut, jetzt weiß ich wenigstens, wo man da langkommt. Scheißen Dreck. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn wir da oben sind, dann muss ich unbedingt mal anhalten und ein Foto machen. Das Dach der Welt. Albanien, das schönste Land für uns. Wenn man bedenkt, dass die Straßen vorher noch enger gewesen sind. Ja. Und noch ruckeliger und steiniger ist das ja eigentlich hier jetzt erstmal Luxus für uns. Kannst ja wieder ausschneiden.